Hey, was machst du denn da? Ich mach beim Pabla im Wingman-Turnier mit. Okay, okay. Und auch du kannst gerne mitmachen. Dafür einfach auf eSport gehen, ein Stückchen runter scrollen und hier auf das Turnier klicken. Hier findest du dann alle Informationen, wie man sich anmeldet und so weiter und so fort. Natürlich ist das ganze Ding auch in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt an, meine Damen und Herren, 250 Euro Winken, insgesamt einmal 200 Euro Preisgeld und 50 Euro an Randomjobs. Also ihr müsst noch nicht mal die Siegertreppchen belegen, um was gedroppt zu bekommen. Also ran an den Speck, das wird eine absolute Bombe. Mehrhundert Rollen dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken fettne Mutter auf die Instagram-Messe. What?